Tag zusammen und herzlich willkommen bei eurem Jojo's Soldier und willkommen zurück zu Let's Play Age of Woollyen Closed Beta. Jeps und der beste Mitarbeiter von G-Potato hatte mir warten, dass ich mir doch Parieren auf F legen soll, was ich jetzt gerade nicht demonstrieren kann, da ich niemanden angreife und dass ich mit C hier meine Humor, also wenn die ganzen Stats über sich eine Attribute anschauen kann, denn ich habe nämlich einen Fehler gemacht und einfach diese Brote hier gegessen. Wie kann man das nicht so Notieren? Steamed Red, Steamed Red. Aha. Ist das noch? Oh. Wieso funktioniert das nicht? Also steht das Info-Face noch etwas verpackt, weil irgendwie... Oder ist es noch etwas in meiner Anzeige-Fähie hier? Ich habe hier gerade die Auflösung. Also hm. Wenn ich die gewechselt habe, könnte es sein, dass es etwas hier verschoben wurde. Ja, sorry wieder, dass ich hier wieder Zeit vor Plower. Das aber stoppe jetzt eh erst, äh, statt wie immer. Das ist bei mir ja Standard. Jetzt erst die Zeit. Und daher gehen jetzt auch erst die 15 Minuten los. Jo. Was müssen wir denn machen? Go? Ach ja, Sunsack tragen. Das war die Aufgabe. So. Und ich weiß nicht, wo diese sind. Ach doch, ich muss nur höher klicken. Okay. Und hier gibt es auch einen Mission-Tracker. Los. Trags Sandsäcke. Okay. Okay. Och, lol. Der zeigt hier auf den... Da ist er... Ne, die... ins Dojo. Ah, ich komme hier nicht rein. Hm. Wo sind die Sandsäcke? Ah, okay. Ja, WTF. Wieso geht das nicht? Das muss ich reklamieren. Ah ne, hier geht. Oh Gott. Ah, das ist trotzdem etwas buggy. Das ist auch nicht. Wow. Wie death? Wieso schlägt der mich? Okay. Na das ist noch nicht. He's actually poorer than me. Haha. Boss! It seems... Oh, das ist... Stockeboe wieder. It seems the person is just a universal art schoolmaster. What will we do if he comes back for a wrench one day? Inform a penny and for a pound. You can find Cliff and throw him off of it. Es ist mein erstes Mal hier. Ich bin total nicht familiar in diesem Ort. Ich kann mich so schnell lesen. Ein Skelett. Yo, Dude, was hast du zu sagen? Ah, cool. Findet den alten Mann mit den Büchern oder was sauber. Ding. Yo. Was habe ich jetzt gelernt? Nichts. Treating on air in the backpack. To practice lightness skill. Lightness skill. Ging das nicht hier? Ja, doch. Hauen wir schon. Basic Conquer. Voll. Ding. 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 Ah, hier ist er. Aktiviert. Oder? Sitting and forgetting skill. Hä? Hä? Ja, was ist das denn? Wieso? Keine Stadt. Okay. Achso. Ah, okay. Ist klar. Wo ist denn das Licht, du? Oh. Use treating air pressed baseball when you jump. Also. Oh. Treating on air. Ah. Ja lol. Und jetzt. Adventure. Ah. Das ist mal nice. Jetzt Adventure your Minecraft. Ja, hallo. Ich muss vielleicht erstmal das Seil hochklettern. Ja, jetzt sind wir draußen. Oder wie? Jaaa. Bin ich hier in den Berg rausgesprungen? Oder wie? Wahrscheinlich hier. Den. Hey, er zieht's ganz schön. Piglet. Tailmaster. Ja. Machen wir. Du. Xiangping. Ich muss halt bloß gucken. Ja doch, Alter. Ist hier nicht gestartet. Jo. Ni hao. Jetzt seht ihr hier mit F drücke ich jetzt hier. Beru. Viele Tickets sind dann Normalität. Beide gekehlt. Und nichts getroppt. Ja, WTF. Was? Nie das lassen wir mal. Wo sind wir denn überhaupt? Wir müssen ja gar nicht weiter weg. ich bin ja nur darunter gefahren und ich habe jetzt auch rausgefunden wie man endlich ersehnt was kann wie es hier hat die aktie und abgeschaltet also und beziehungsweise auch angeschaltet hierbei die historie dieses oben links dieses die fps dingen weit feierend video fps ja und auch habe ich weil ich immer windows mode gespielt hatte bis jetzt war auch der rand links rechts kurz weil das eine auflösung mal 1040 1040 9000 1120 1040 ist gewesen worden ist 1029 1080 so fullscreen eben jetzt spiel ich auch fullscreen soll es ist auch eigentlich alles draus sein naja wir tun können zu schütteln sobald vorstür cool danke täglich Arsch. Experience. Hallo. Hast du mir jetzt mal gegeben, der Dingin? Äh, warte. Wer? Okay. Trade Hall. Soll ich die nehmen, der? Mann, wie kann man denn hier stacken? So steckt er den Fragen. Dessen Namen ich nicht sagen darf. Nee, passt schon. Hat ja alles seine Richtlinien und soll ja auch so eingehalten werden. Ich mein, wenn ich in Beta-Key gepumpte und auch noch Gold, sollte ich ja auch nicht dann, weil ja quasi auch den Vertrag einhalten. Und ist ja auch nichts weiter schlimm. Äh, ja, aber was soll man machen? Wander around, see if you anyone has problems. If they don't know, you can try to create some... somewhat. Mo-moving, moving, 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 moving. Cruising, 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 cruising. Kennst du jemanden? Ist auch so ein super Bud Spencer-Sinn. Ich weiß auch gar nicht mehr. Schwächen. Alter. WTF? Ich bin nur... Ja, können wir uns sagen, wo das Drecksding liegt. Ja, hä? Zählt es nicht still? Ja, wo ist der? Kite. Ach, meine Güte. Kann man jetzt aufnehmen. E, F. So. Noch closer. Ah, haben wir jetzt? Hä? Ja, nimm da doch mal mit das Ding. Nein. Also. Hä? WTF? Das musst du auch mal ändern. Nee. G-Potate läuft heute nicht ganz rund. Aber auch geil, wie die immer so rundheraus leiden. Ja, ja, hier. Jo, krass. Danke. Danke. Mel. Rund 25 werden. Krass. Jetzt nur bezahlt für den Trafen vom Dach holen. Hey, Kitty. Hey, Kitty. Land was richtiges. Ey, hier ist das sehr hochgekommen. Meine Fresse. Oh, egal. Ach, man. Die FPS ist nicht sonderlich schön. Äh, also meine ja. Nämlich läuft es flüssig, aber ich glaube für euch nicht wirklich. Äh, jetzt mal. Das ist auch nicht so viel cooler. Das sieht sich schon mal deutlich besser aus. Äh, scheiße, ich brauche eine schnelle Festplatte. Ma, das leckt doch voll scheiße, ey. Und ich gehe mal so ein haltes Mikro. Obwohl ich engst so gemacht habe, dass ich es nicht nachher gehen muss. Ich finde, ich das übersteuere. Ja, ist egal. Passt schon. Go to. Jo, machen wir. Warum gibt es hier keinen Sprint? COD Russian. Ja, hallo. Also die... Das GPS-Tracking müssten sie vielleicht auch mal machen. I want to. Na, ey. Oder? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ich habe den Typ?